Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Stiere, Jungfrauen und Steinböcke zu eurem Reading zum Jahreswechsel. Ja meine Lieben, ich hatte heute irgendwie das Gefühl, die Erdzeichen kommen als erstes dran. Ich vertraue hier immer ganz meiner Intuition und ich hatte ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich die Sternzeichen bzw. Elemente Readings dieses Mal wirklich unter das Motto Jahreswechsel stellen werde und deswegen habe ich mir dafür auch folgende Legeform gewählt. Ihr seht hier die Legung schon vorbereitet, die Hauptlegung ist aus dem Rider-Way-Tarot gefallen und ich habe hier eine zentrale Hauptenergie herausgemischt. Ich habe für jede Position zwei Karten herausgemischt und diese Hauptenergie sagt dir, was ist für dich jetzt Thema wirklich, wenn wir das alte Jahr zurücklassen und ins neue gehen. Ja, womit solltest du dich beschäftigen hauptsächlich? Wir haben hier links die Position für deine Vergangenheit, also für das alte Jahr. Da habe ich gefragt, was ist für dich wichtig, jetzt nochmal im alten Jahr zu reflektieren? Was hast du über das Jahr vielleicht auch für Erkenntnisse gesammelt? Um was ging es? Was du jetzt auch als wichtige Perlen sozusagen mitnehmen kannst für deine Entwicklung? Dann habe ich hier unten nach einer Botschaft aus deinem Unterbewusstsein gefragt, sozusagen auf Seelenebene, was ist für dich jetzt wichtig, was darf in dein Bewusstsein emporsteigen? Denn unsere Seele kennt ja eigentlich unsere Aufgaben, ja, und ganz oft wissen wir intuitiv, unbewusst, natürlich, was wir tun sollen, ja, aber es fällt uns nicht so leicht, das umzusetzen. Und hier darf etwas von unten nach oben aufsteigen, das du dir anschauen darfst. Dann haben wir auf dieser Position einen kleinen Ausblick, schon mal in die erste Zeit des neuen Jahres. Was könnte da so Hauptthema sein? Und hier oben bitte ich, wie immer, um einen Rat der geistigen Welt. Ich habe gefragt, was möchte dir die göttliche Führung denn heute mitteilen? Was ist für dich jetzt wichtig? Außerdem habe ich hier für euch noch eine Botschaft aus dem Deck The Map, Weisheitskarten der Seele, passend hier zum Unterbewusstsein. Und wir haben noch eine Zusatzkarte. Ich habe es ein bisschen ausführlicher jetzt diese Jahreswechsel-Readings gemacht. Und zwar aus dem wunderschönen Deck, das Blumen der Engel-Orakel, gibt es noch einen Schlusspunkt, sozusagen. Ja, meine Lieben, wie immer bei den allgemeinen Readings, bitte fühle in dich hinein, ob du mit den Botschaften in Resonanz gehst. Das kann natürlich sein, dass du dich vielleicht mit deinem Aszendenten oder deinem Mondzeichen besser identifizieren kannst, wenn das Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. Das ist nicht selten der Fall, also schau dir dann gerne auch mehrere Readings an. Die werden alle bis zum 15. des Monats online sein. Liebe Erzzeichen, ihr habt meine Lieblingskarte als erste Karte empfangen. Ich habe gefragt, was ist für dich jetzt Hauptthema im Moment und zum Jahreswechsel? Und da fallen die wundervollen neuen Münzen. Ja, die meisten wissen, dass das meine Lieblingskarte im Tarot ist, weil sie einfach so eine wunderschöne Energie hat, wie ich finde. Sie zeigt eine Frau, die mit sich und ihrem Leben vollkommen im Reinen ist. Ja, das ist im Übrigen auch die Single-Karte des Decks. Also es ist gut denkbar, dass du dich vielleicht noch in einer Beziehung befindest und über eine Trennung nachdenkst. Dann sagt die Karte, das wäre nicht die schlechteste Idee. Aber möglicherweise bist du auch ohne Partner oder Partnerin und du wirst dich mehr und mehr in deine Kraft als Single hinein entwickeln. Denn diese Frau ist wirklich zufrieden mit sich und ihrem Leben. Ja, die ist angebunden an die Natur, an die Tierwelt. Die hat hier ihre Münzen um sich herum aufgereiht. Die sorgt bestens für sich selbst. So, und jetzt kommt eine interessante Karte, nämlich zur Klärung fehlen die zwei Münzen. Ich nehme hier wahr, dass deine Energie vielleicht noch ein bisschen schwankend ist. Ja, dass du auf der einen Seite eigentlich in diese Energie hier kommen möchtest. Da sehnst du dich hin. Aber gleichzeitig gibt es vielleicht für dich in deinem Leben noch so die ein oder andere Baustelle, die es nicht immer so leicht macht, dich so zu fühlen. Ja, möglicherweise steckst du auch in einem Konflikt, ob du dich trennen sollst, aus einer Beziehung lösen sollst. Ja, denn, und jetzt komme ich mal zur Vergangenheit, denn das passt sehr gut hierzu. Ich zeige euch gleich die beiden Karten. Hier haben wir nämlich den Ritter der Schwerter und die Sechsstäbe. Das ist die Siegeskarte im Tarot, die steht auch für Selbstvertrauen, für Entscheidungen, die wir für uns treffen. Ja, du siehst hier diesen Herold, der den Sieg einfährt. Und jetzt reitet hier, und die Karten sind auch so nebeneinander gelegen, dieser Ritter der Schwerter direkt hier auf diesen Herold zu. Wenn du dieses Bild anschaust, hast du vielleicht gleich selbst eine Assoziation dazu. Möglicherweise hattest du im vergangenen Jahr immer wieder mit Situationen zu kämpfen, die dir dein Selbstvertrauen geraubt haben. Möglicherweise wolltest du schon oftmals eine bestimmte Richtung einschlagen, die dir deiner Meinung nach auch den Sieg versprochen hätte. Und da waren eventuell Menschen in deiner Umgebung, die dir hier Steine in den Weg legten. Ja, also es könnte sein, dass du im vergangenen Jahr wirklich die Erfahrung von kontrolliert oder manipuliert zu werden gemacht hast, dass du an Grenzen gestoßen bist, vielleicht auch von Autoritätspersonen. Das kann entweder ein Partner, eine Partnerin sein, das kann aber auch dein Chef sein. Das kann auch irgendetwas sein, was im Kollektiv passiert ist, ja. Viele Beschränkungen, vor allem noch in Verbindung mit der Pandemie, ja, haben Menschen sehr, sehr belastet in diesem Jahr. Ja, auch das kann bedeuten, dass du hier vielleicht in einem Konflikt bist, ob du dich von gewissen Situationen lösen darfst, ja, auch Ängste loszulassen. Dieses Gefühl kontrolliert zu werden, ja, das darf gehen, so fühle ich das. Was ich auch spüre ist, dass du dich vielleicht aus einer Situation befreien wolltest und da kam immer wieder irgendetwas dazwischen oder es gab jemanden, der dir hier das Leben schwer gemacht hat. Das ist aber vergangen, ja. Ich lege die Position nur deswegen aus, weil wir uns nochmal anschauen dürfen. Das sehen wir dann im Gesamtgefüge der Legung, was wir daraus auch lernen können. Wenn ich jetzt frage, was möchte dir deine Seele mitteilen, was ist das, was aus deinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein aufsteigen darf, da siehst du die neun Schwerter und den Wagen. Das ist eine sehr passende Kartenkombination, denn ich fühle schon, dass das Jahr 2022 dich oftmals in diese Energie katapultiert hat. Und im Prinzip passt das mit dem Wagen 1 zu 1 zu dem, was ich hier wahrgenommen habe, ja, nämlich immer dann, wenn du vorangehen wolltest, wenn du etwas verändern wolltest, bist du wieder in der alten Situation gelandet, warum auch immer. Vielleicht hat dir auch der Mut gefehlt. Vielleicht haben sich aber auch Dinge im Außen gegen deine Pläne gestellt. Und das hat dich sehr frustriert, ja. Also ich nehme hier Enttäuschung wahr, auch Frust, so dieses Gefühl, ich komme nicht weiter. Und deine Seele möchte aber weiterkommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier eine Karte aus der kleinen Arcana des Tarots und eine Karte aus der großen Arcana. Und die große Arcana schlägt sozusagen die kleine. Also die ist bedeutsamer. Das heißt, der Wagen bedeutet ja, dass deine Seele möchte, dass du wieder die Kontrolle über dein Leben gewinnst. Und hier habe ich so das Gefühl, dass dieser Ritter, der Schwerter, dir ab und an mal die Kontrolle eben nicht gelassen hat, sondern dich kontrolliert hat, ja. Auch Ängste können hier gemeint sein. Denn auch Ängste kontrollieren uns oft und hindern uns am Weitergehen. Aber deine Seele möchte weitergehen, ja. Und wenn ich jetzt frage, was kann eventuell hier folgen nun im neuen Jahr, dann finde ich das wunderschön, was gefallen ist, nämlich der Page der Schwerter und die Sonne. Wir haben hier wieder so einen Burschen, aber den deute ich diesmal wirklich so, dass du es bist, der oder die sich aus allen Situationen löst, ja. Also du bist so weit oder wirst im neuen Jahr in diese Kraft hineinwachsen, dein Schwert zu erheben, weil du weißt, das bringt dich wieder auf die Sonnenseite des Lebens. Schaut mal, wie unterschiedlich die Energien sind, ja. Das hier möchtest du hinter dir lassen. Du möchtest nicht mehr enttäuscht sein, vielleicht auch von dir selbst. Du möchtest nicht mehr deine Angst in den Vordergrund stellen, sondern du möchtest Entscheidungen zu deinem höchsten Wohltreffen. Und so wie es hier liegt, hast du beste Voraussetzungen dafür, ja. Die Kraft zu bekommen, wirklich dein Schwert zu erheben und für deine Freude, für deine Erfüllung etwas zu tun. Denn wenn wir das mal hier zu der Gesamtenergie nochmal betrachten, ja. Das ist ja das, was von dir eigentlich gelebt werden möchte. Dieses Ankommen bei dir selbst, deine eigenen Wünsche und Träume verwirklichen. Und da ist immer noch so ein bisschen, darf ich das oder hat vielleicht jemand was dagegen, ja. Oder stehen mir Ängste, vielleicht dessen nicht wert zu sein noch im Wege, ja. Darf ich wirklich Glück und Erfüllung leben? Und da sagt die Kartenkombination ganz klar, ja, du darfst. Du darfst nicht nur, sondern du sollst. Denn die geistige Welt, und das ist eine so tolle und gewaltige Kartenkombination, bringt den Narren und die Mäßigkeit. Schaut mal, meine Lieben, zwei große Akana-Karten. Wir haben also mit die besten Akana-Karten im ganzen Deck hier in der Legung. Wagen, Sonne, Narr und Mäßigkeit. Die geistige Welt sagt, wage den Sprung ins Unbekannte. Du bist dabei beschützt. Die Mäßigkeit als dein Schutzengel. Ich nehme ja die Mäßigkeit auch immer so wahr, dass sich hier vielleicht ein liebevoller Mensch bei dir meldet, der schon verstorben ist. Eine liebevolle Seele, ja, die dich in der kommenden Zeit jetzt über den Jahreswechsel ermutigen möchte, Neuland zu betreten. Unsere lieben Verstorbenen, die wollen unser Bestes, ja. Die führen uns, die möchten, dass wir mutig unserem Herzen folgen und vor allem auch für uns einstehen. Schaut mal, wie schön an der Unterseite des Decks als Gesamtenergie liegen die sieben Stäbe. Das ist eine Karte, die sagt, verteidige dich. Steh für dich ein, für das, was du möchtest, ja. Dass dieser Ritter, der Schwerter hier wirklich keine Chance hat. Stand your ground, ja. Trete für das, was dich erfüllt, was dich auf die Sonnenseite des Lebens bringt, ein. Steh dafür ein und verteidige das, was dir wichtig ist, was dir wertvoll ist. Ja, und ich habe jetzt aus dem Deck The Map, Weisheitskarten der Seele, eine Karte herausgemischt mit der Frage, was möchte deine Seele vielleicht jetzt auch im nächsten Jahr angehen. Was ist wichtig für dich bei deiner seelischen Weiterentwicklung, ja. Und dafür die Karte vorankommen. Meine Lieben, schaut mal, der wunderschöne Strauß. Und wie gut, bitte passt das zum Wagen, aber nicht nur zum Wagen, sondern auch zum Narren. Denn der Narr kommt ebenfalls voran, ja. Was mir hier noch so in den Sinn gekommen ist, bei diesem Vorankommen, mach den ersten Schritt und vertraue dann auch auf die Unterstützung der geistigen Welt. Nicht umsonst ist hier die Mäßigkeit gefallen, ja. Wenn wir uns auf einen neuen Weg begeben wollen und sind hier vielleicht manchmal noch so ein bisschen zögerlich, wie das ja hier so in der Gesamtenergie liegt, dann ist es entscheidend, den ersten Schritt zu machen. Ich finde das immer wieder schön. Ich weiß, ich sage es oft, aber es gibt ja dann doch immer wieder neue Zuhörer und ich finde es einfach so schön, sich vor Augen zu halten. Der erste Schritt, meine Lieben, ist die Hälfte des Weges. Denn oftmals bleiben wir in einer Stagnation und wagen es eben nicht, den ersten Schritt zu machen. Wenn wir den aber tun und es entspricht unserem Seelenplan, ja, so wie das hier deutlich so gefallen ist, ja, also wenn du jetzt schon weißt, vielleicht auch schon die ganze Zeit über weißt, was du tun solltest, um wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu gelangen, dann ist es für dich wichtig, den ersten Schritt zu tun. Denn dann erhältst du alle Unterstützung der geistigen Welt und dann entwickeln sich die Dinge vielleicht in ganz wundervoller Art, wie du es gar nicht vermutet hättest. Ich möchte euch jetzt gerne den Text aus dem Begleitbuch vorlesen, weil ich ihn einfach sehr, sehr inspirierend finde. Diese Karte sagt dir, für dich ist die Zeit des Vorangehens gekommen. Dies ist eine Zeit, in der du einen deutlichen Schub nach vorn erfährst, nachdem du eine Periode des Entsagens hinter dir hast. Du befindest dich in einer Phase des Abenteuers und der Entdeckungen. Vielleicht verspürst du den Drang, eine Reise zu machen, umzuziehen oder dich beruflich zu verändern. Wie dem auch sei, etwas muss für dich anders werden und du spürst geradezu, den inneren Zwang voranzugehen. Wonach immer du dich erkundigt hast, du wirst erleben, wie deine Träume Gestalt annehmen und sich Türen, die zuvor für dich verschlossen waren, wie durch Zauberhand zu öffnen beginnen. Voranzukommen ist auch ein mentaler Zustand. Der Nebel hebt sich und du weißt, was zu tun ist. Dies ist keine Zeit für Furchtsamkeit. Furchtsamkeit löse dich von deiner Angst und gehe voran. Ja, meine Lieben, das ist wieder mal so ein Moment, wo ich wirklich nur meinen Dank nach oben an meine Mannschaft richten kann, denn dieses Deck hat, wie ihr hier seht, 54 Karten, ja, und dass dann wirklich diese Karte herausspringt, die so punktgenau zu diesem Reading passt, ja. Also wenn es jetzt noch Zweifel gibt, wenn du noch unsicher bist, wenn du vielleicht noch nicht den Weg gefunden hast, dann wird sich zu Beginn des neuen Jahres sehr viel Klarheit einstellen, ja. Und du wirst dann auch das, was in 2022 geschehen ist, nochmal Revue passieren lassen und wirst deine Konsequenzen daraus ziehen, ja. Vielleicht wird dir jetzt in diesem Jahresübergang auch nochmal richtig deutlich bewusst, wie du dich im vergangenen Jahr zum Teil von vielleicht negativen Glaubenssätzen, von deinen Ängsten, aber vielleicht auch von anderen Menschen in eine, ja, Stagnation pressen hast lassen, die du jetzt, und das hat hier diese Seelenebene so schön gezeigt, verlassen möchtest. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Botschaft aus den Blumen der Engelorakel für dich ist eine Blume gefallen, die kannte ich so gar nicht, und zwar ist das die Pansia, schaut so ein bisschen aus wie Maiskolben, aber könnt ihr lesen, was hier steht. Diese Blume steht für den Neubeginn, meine Lieben, und hier heißt es, nutze diese Gelegenheit, um stärker und mit größerer Entschiedenheit wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen. Und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, denn schaut mal, wie wunderschön passt diese Botschaft zu den beiden Karten, ja, stärker und mit größerer Entschiedenheit. Es gibt niemanden, der entschiedener ist als dieser Page der Schwerter, der hier sehr genau weiß, was er möchte, und sein Schwert erhebt, und sich für das einsetzt, was er möchte, um wie ein Phönix aus der Asche emporzusteigen. Ja, das Kind hier auf dieser wundervollen Sonnenkarte ist für mich der Phönix aus der Asche, ja, als wollte dein wahres Selbst geboren werden, und das passt wiederum jetzt natürlich wundervoll hier auch zur Botschaft der geistigen Welt mit dem Narren, vorankommen, deinen eigenen Neubeginn im Leben wirklich kreieren. Das ist das Motto für euch, meine lieben Erdzeichen für diesen Jahreswechsel, und ich bin ganz besonders froh, dass diese Kartenkombination so für euch gefallen ist, denn, ja, mit den Erdzeichen war es in dem Jahr wirklich oft so, dass wir in den Legungen diese Energie der Stagnation hatten, ja, und jetzt so ein tolles Kartenblatt für euer neues Jahr zu legen, das hat mir große Freude gemacht, und wenn es euch große Freude gemacht hat, zuzuhören, dann bitte gebt mir einen Daumen hoch, bitte liked dieses Video, wenn du noch nicht Abonnent bist, würde ich mich natürlich freuen, dich hier auf unserem Kanal, in unserer Heart and Soul Family als Abonnent begrüßen zu dürfen, und dann aktiviere die Glocke, es gibt mehrfach in der Woche kostenlose Videos für dich, für deine eigene persönliche Weiterentwicklung, und ich bin von Herzen dankbar für jeden Kommentar, den ihr mir schreibt, ja, ich freue mich immer sehr, wenn ihr mitteilt, dass euch die Legung ein bisschen was gebracht hat, geholfen hat, und ich glaube, mit diesem Reading könnt ihr sehr positiv in den Jahreswechsel gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, meine lieben Erdzeichen, jetzt noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ich hoffe natürlich, wir sehen und hören uns noch in mehreren Readings, bis es dann soweit ist, deswegen möchte ich euch jetzt eigentlich noch gar nicht schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, denn ich hoffe, dass ihr mir vorher noch einmal lauschen wollt. Ich schicke euch einen dicken Drücker aus Mallorca, die Uli, Tschüss!